Ich erinnere mich noch an die Zeit, in der ich glaubte festzustecken, keinen Ausweg zu sehen und mir überhaupt nicht vorstellen konnte, dass Veränderung möglich ist. Ich hatte das Gefühl von einem Panzer, einem Konkord umgeben zu sein und ich wusste nicht, wie ich ihn durchbrechen könnte. Kennst du das Gefühl? Ich wusste, es gibt einen Teil in mir, den ich einfach noch nicht lebe. Eine Martina, auf die ich neugierig war und die ich unbedingt kennenlernen wollte. Ich fühlte mich richtig angetrieben von der Sehnsucht, diesen Teil in mir ganz neu zu entdecken. Ich habe meiner inneren Stimme vertraut, die Einladung angenommen und mich auf eine Reise zu mir selbst eingelassen, die mich auch heute noch mit unglaublicher Dankbarkeit erfüllt. Lass dich begleiten in deine Welt voller Wunder und Möglichkeiten, voller staunender Aha-Momente und Leichtigkeit. Eine Welt, in der Lösungen darauf warten, empfangen zu werden. Und gemeinsam erleben wir, wie spielerische Leichtigkeit nachhaltig Berge versetzen kann. Synchronisiere dich in nur fünf Tagen mit deiner puren Schöpferkraft, kreiere deine eigene kontinuierlich wachsende Lebensfreude und erlaube dir mehr Klarheit, Unbeschwertheit und Glückseligkeit als jemals zuvor. Mit deiner Entscheidung, dein Leben leichter und lebendiger zu machen und voller Vertrauen zu genießen, wirst du mit klaren Intentionen in die Freiheit gelangen. Sei dir bewusst, dass alles für deine selbstbestimmte Zukunft immer nur von einer Sache abhängt, von dir. Hier geht es um dich, um deine Energie, deine Entscheidungen, deine Offenheit. Und wenn du bereit bist, dein Bewusstsein, deine Energie, deine Erwartungen zu dir selbst zu verändern, dann lösen sich die unsichtbaren Stricke und du erkennst, wie Leichtigkeit und Lebensfreude für dich funktioniert. Spielerische Lebensgestaltung ist mein Lieblingsthema und indem du mehr Genuss und Freude in deinem Leben empfängst, gewinnen am Ende alle, alle Menschen, die deinen Weg berühren.